Herzlich Willkommen bei RAPID zu einem Interview mit dem Plus-Macher. Mein Name ist Falk Schacht. Hallo, wie geht's dir? Alles cool, dankeschön bei dir. Wir haben uns getroffen, weil du ein neues Album rausbringst. Sag mal, wann kommt es und wie heißt es? Das gute Stück kommt am 17.02. und trägt den Titel Cush Hunter. Cush Hunter. Das ist auch so eine Serie, die du jetzt auf YouTube gestartet hast, richtig? Auf jeden Fall eine Serie am Start, wo wir auf jeden Fall am Handen sind. Ey Cush Hunter, ey, die neue Folge Cush Hunter, komm, bitte, ey, bitte. 10 Minuten, 15 Minuten, ruhig, ich möchte kurz die Folgen sehen und dann ist alles gerne. Wonach handelt ihr genau? Also ich verstehe schon Cush, aber was, da gibt es ja mehr als eins? Ja, es gibt mehrere Sachen. Auf jeden Fall nach vielen Sachen, nach Strains, gute Strains, allgemein nach der Industrie, was das Hampf-Business angeht. Wir fahren zu vielen Firmen in Europa, checken da die Industrie ab. Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen. Wie ihr mitbekommen habt, die erste Blüte ist draußen. Das Saatgut ist gesetzt, sozusagen. Und wir fangen hier an. Du fährst morgen in die Schweiz. Was macht ihr da konkret? Wir fliegen morgen in die Schweiz. Ich habe da ein paar gute Freunde, die dort zwei Hampf-Apotheken betreiben. Und wir haben den Medical-Bereich, was das Cannabis angeht, gut am Start sind dort. Und ich will den Leuten auf jeden Fall damit auch berichten, was es dort alles für Möglichkeiten gibt. Wäre das für dich auch nochmal ein Geschäft? Also du kommst ja ursprünglich aus dem Hanf-Geschäftsbereich. Wäre das für die Zukunft auch? Weil die Legalisierung in Deutschland, also es sind ja langsam Bewegungen erkennbar ab März, glaube ich. Genau, jetzt kam das neue Gesetz im Bundestag. Wir haben die Planung gehabt, einen Laden aufzumachen neben Berlin. Nur wurde es ab Oktober, also der Rohstoff CBD, den man aus der Hanf-Pflanze gewinnen kann, wurde auch als Medikament gelistet. Und da haben wir uns ein paar Steine auf jeden Fall in den Weg gelegt, weil man dann wieder Apotheker braucht und es ist dann nicht so einfach. Aber du informierst dich, sehe ich. Das ist schon interessant für dich. Für mich ist das ein Riesenbereich und wir sind auf jeden Fall informiert. Und ich will auch diese Information und dieses Wissen auf jeden Fall auch an die Leute weitertragen. Warum ist dir das so wichtig? Also erklär den Hintergrund. Siehst du den Nutzen oder ist das eher so der private Spaßbereich? Es hat alles angefangen mit einem privaten Spaßbereich und mittlerweile hat es halt so viel ergeben. Es hat so viel für mich verbunden. Die Pflanze an sich hat mir so viele Türen geöffnet. Und das ist einfach für mich eine riesen Lüge und eine riesen Propagandamaschine, dass das verboten ist einfach. Welche Türen haben sich für dich durch Hanf geöffnet? Alles. Es hat alles mit Kampf angefangen, bis ich jetzt hier darüber rappe, Musik mache. Ich habe vielen Leuten damit geholfen, auch im medizinischen Bereich. Es wirkt auf jeden Fall. Es ist kein Spaß. Welche Wirkung hat es für dich persönlich? Weil ich weiß zum Beispiel, dass du Sport machst und Boxen gehst und so. Genau. Ich kenne zum Beispiel viele Sportler, auch viele Profisportler, statt ich jetzt Bier trinke oder einfach mal zum Runterkommen. Ein Joint ist auf jeden Fall wesentlich verträglicher als Alkohol. Das ist meine Meinung. Verstehe. Ich wollte mit dir mal so ein bisschen deinen Weg nachzeichnen und vielleicht auch so ein bisschen Unterschiede versuchen aufzuzeigen, weil ich finde manche Unterscheidungen, die gemacht werden zwischen Gangster-Rappern und Backpack-Rapper und so weiter, die finde ich ein bisschen ungewöhnlich. Mal gucken, wo wir da landen. Also anfangen würde ich gerne, ursprünglich kommst du aus ärmlichen Verhältnissen, habe ich in Interviews gelesen. Was genau bedeutet das? Eigentlich, es steht in Wikipedia dran, oder? Ich glaube auch da, ja. Hast du es selber geschrieben? Nee, deswegen. Ich habe es nicht selbst geschrieben. Ich komme jetzt nicht unbedingt aus ärmlichen Verhältnissen. Da habe ich mal ein guter Mittelstand. Wir waren nie reich, aber wir waren auch nicht arm. Und warum steht es dann da? Weil das jemand dann einfach interpretiert hat aus deinen Texten so? Kinder wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung, wer bei Wikipedia schreibt. Ich habe es irgendwann mal mitbekommen, dass was über mich steht und dann stand es halt dort, ja. Das ist also Fake News, können wir dann jetzt hier verkünden. Bitte berichte ich das bei Wikipedia. Dann geht es weiter, habe ich gelesen, du hast irgendwann angefangen mit Halbwelt-Leuten rumzuhängen. Da fragt man sich natürlich, wie kommt das, wie passiert das? Halbunterwelt-Leute, oder was meinst du? Ja, Halbwelt ist sozusagen genau das zwischen legal und illegal. Das kam einfach dazu, keine Ahnung. Irgendwann mit 14, 15 Jahren hat man halt irgendwie mitbekommen, wie viele Jungs irgendwie Kohle gemacht haben, ja. Und man hat halt durch einen Cousin, durch einen Freund von dem Bruder, der Bruder und der, irgendwie ist man reingerutscht, wie auch immer. Das heißt, das ist auch wieder die Hanfsache? Da ging es immer nur ums Hanf, immer. Sowieso bin ich raus, ich mache mein Geld mit Musik und bin da auf jeden Fall weg von der ganzen Sache. Aber wenn, dann war es sowieso immer nur Hanf. Das heißt also im Grunde, eigentlich ist es die Halbwelt und der Kontakt dahin nur, weil das sozusagen per Gesetz festgesetzt ist, Hanf ist illegal. Dadurch ist es vielleicht für manche Leute eine Halbwelt. Aber mit den Leuten, mit denen ich bis dato zu tun hatte, waren für mich ganz normale Menschen. Ich meine, wenn du jetzt Bier brauen würdest und es wäre illegal, dann wärst du auch in der Halbwelt. Du sagst es. Okay, so verstehe ich das, gut. Und dann hast du eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann gemacht. Also richtig solide. Ja, hör mal, das ist solide, ja. Es ist solide, oder? Okay. Also es ist gesellschaftlich gesehen, das ist legal, das ist nicht Halbwelt. Es ist gesellschaftlich gesehen anerkannt sozusagen, ja. Ja, ich habe es einfach damals durchgezogen. Konntest du kaufmännische Erfahrungen aus deinem Hanf-Business da nutzen? Viele Leute, die ich kannte, sind dann in den Laden gekommen, wo ich gelernt habe, haben dann halt gutes Geld dort gelassen, ja. Aber ich dachte jetzt vielleicht so mit Wareneinkauf und dass du immer genug Ware hast, Sachen abpacken und so. Also ich war der Verkäufer in dem Laden. Ich habe eigentlich nur verkauft hauptsächlich. Ich habe die Leute voll gequatscht, dass sie die Sachen mitnehmen. Okay. Und warum bist du nicht dabei geblieben? Wäre das eine Option gewesen? Nein. Haben Bock? Für mich so einfach, damals habe ich die Chance bekommen. Das war auch alles wirklich ein guter Freund, haben wir die Ausbildungsstelle damals besorgt. Und das war auch ein ganz anderes Verhältnis, als wie es jetzt eine normale Ausbildung ist, wollte ich sagen. Weil mein VR-Leiter war einerseits mein bester Freund. Also ein sehr, sehr guter Freund. Das heißt, du konntest dir auch mal was erlauben? Mein Rap-Partner, genau. Und wir haben auch Mucke zusammen gemacht und das war alles, ja. Ja, der, der dir das besorgt hat, ist auch Rapper? Richtig, genau, du sagst das. DOS9? DOS9, genau, Mann. Er ist ja auf jeden Fall auch, also eure beiden Karrieren nehmen Fahrt auf in den letzten zwei Jahren auf jeden Fall. Wie würdest du das beschreiben, wenn ihr euch vergleicht? Ich schlage schon eher so die, ich würde nicht sagen in die Mainstream-Richtung ein, aber schon... Mainstream? Ne, ne, nicht. Aber ich meine, es ist schon eher so fokussiert, dass da auf jeden Fall was geht. Ihnen geht es noch mehr, sag ich mal, wie soll ich sagen, um die Musik. Mir geht es auch um die Musik, das ist jetzt schwer zu erklären. Er ist nicht so hinterher, dass er jetzt unbedingt, sag ich mal sagt, okay, ich will jetzt so und so viel Platten verkaufen, weil das ist mein... Weißt du, wie ich meine? Okay, sein Antrieb ist eher, ich mach meine Mucke, egal wie. Genau, genau, genau. Und du hast schon eher, du möchtest auch verkaufen. Das ist... Darauf... Bedeutet das, das nimmt Einfluss auf dein Musikschaffen? Nein, das nicht. Ich mach immer noch meine Kunst frei und hab da irgendwie... Es ist trotzdem noch die Mucke, die ich machen will, ohne dass ich jetzt sage, ich muss das jetzt so und so machen, weil das könnte sich besser verkaufen. Es ist immer die Mucke, die ich auch so machen würde. Nur, dass meine ganze Figur, mein ganzes Auftreten auch in der Öffentlichkeit natürlich ein ganz anderes ist als seins. Mein Stoff bringt deine Augen zum Stein, Haube glaub mir, trotzdem will ich ins Berghain nicht rein. Ich bin kein Veganer, aber lebe vom Gras, ein Platz in den Schatz, vom Kater zum Star... Aber ist es dann... Ist es vielleicht der Antrieb, also Workaholic mäßig jeden Tag dran zu sein? Ist es das, was du meinst mit dem Maximieren der Verkäufe und so weiter? Kann sein, ja. Also arbeiten... Ich mach ja nur das und verkörper auf diesen Lifestyle auch, was dieses Hanf den angeht und so. Das ist ja nicht nur die Mucke an sich, die ich mache, sondern das ist ja ein kompletter Lifestyle. Ich habe gelesen, du hast beschrieben, wie Doss und Du ihr euch das erste Mal getroffen habt und dann hast du gesagt, ja, das war so, der Proll trifft auf den B-Boy-Jungen. Wo ist der Unterschied zwischen dem Proll und dem B-Boy-Jungen? Was sind das für Figuren? Wie soll ich das erklären? Damals war es auf jeden Fall... Wir waren jetzt so Straßenjungs einfach, ja. Wir waren schon ein bisschen rougher, denke ich mal, als er drauf war. Aber trotzdem haben wir ja Gemeinsamkeiten geteilt durch dieses Mucke-Ding, ja. Trotzdem hat er damals einen ganz anderen Film gefahren, wie ich ihn damals noch. Da war noch eine Stimmung und Transzeit, da war es auf jeden Fall noch ein bisschen krasser. Da war ich einfach anders drauf als er. Weil ich würde nämlich sagen, ich empfinde dich auch als B-Boy. Also, weißt du, weil du machst Hip-Hop, du machst Rap-Musik. Ja, klar, ja. Aber ich habe nie getanzt oder so. Hat Doss getanzt? Ja, er hat früher getanzt. Er hat gebraked? Heilige Scheiße. Okay, das ist nice. Das will ich das nächste Mal sehen. Okay, also du siehst da schon einen Unterschied, weil das ist genau das, was ich vorhin meinte mit Gangster-Rap und Backpack-Rap. Das sind ja auch so Unterscheidungen und Proll und B-Boy, das hat mich sehr stark daran erinnert. Würdest du das auch sagen, also Straßen-Ding, Gangster-Ding, das ist das eine und das Backpack-Ding ist das andere? Mittlerweile hatte ich das alles in den letzten Jahren einfach, also zum Beispiel, wenn ich auch Konzerte spiele oder so, ist das halt auf jeden Fall ein sehr stark gemischtes Publikum. Ich habe auf jeden Fall sehr so die Heads, auf jeden Fall so, wie wenn du jetzt sagen, Backpack-Hads oder so, die Leute, die halt wirklich den Scheiß dicken, weil es dann diesen Sound auf jeden Fall auch transportiert. Aber ich habe auf jeden Fall auch viel Straßenjungs oder halt so. Mir fällt gerade noch eine mögliche Unterscheidung ein, es gibt die, die es verkaufen und die, die es rauchen. Sind das die Raucher und du bist der Verkäufer? Ist das der Proll, der Gangster? Kann sein, ja. Vielleicht ist auch beides, dass man es raucht und verkauft. Ja, bei dir sowieso. Oder? Ja, vielleicht, ja. Früher. Früher. Rauchen jetzt auf jeden Fall, ja. Aber verkaufen. Du kommst ursprünglich aus Magdeburg, musstest da aber wegziehen, weil du irgendwie Probleme hattest. Und du selbst hast, also du bist auch observiert worden von der Polizei, hast du mal erzählt. Und du hast gesagt, wenn du nicht weggegangen wärst, wärst du in den Bau gegangen. Was konkret war da los? Da sind sehr viele Freunde aus engen Kreisen auf jeden Fall hops genommen worden damals. Also Weeticker? Vielleicht, ja. Und Magdeburg ist eine relativ kleine Stadt, ich habe so 300.000 Einwohner. 250.000, 300.000. Da war das alles auf jeden Fall dünn. Berlin ist mal anonym auf jeden Fall, ja. Plus dieses Muckeding kam natürlich auch zu, dass ich dort viel gemacht habe und gemerkt habe. Beziehungsweise in der Zeit damals noch, wo ich nach Berlin gekommen bin, war dann die Zeit in Magdeburg abgeschöpft auf jeden Fall. Und also du gehst wirklich davon aus, dass du richtig in den Bau gegangen wärst? Ich habe schon alles gehabt, da stand schon alles dran. Ich habe alles gesehen von anderen Freunden, die die Akte von ihrem Anwalt bekommen haben, wo wirklich alles schon am Start war. Warum musstest du dann weggehen? Du hättest ja auch anfangen können in Magdeburg Legal Business zu machen. Was heißt Legal Business? Naja, sonst würde die Polizei dich nicht observieren. Sie verdächtigen dich immerhin. Sie verdächtigen mich, genau. Sie versuchen Beweise zu sammeln. Ja, genau. Ist wie ein Spiel halt, Katz und Maus. Und jetzt bin ich weg dann und deswegen war ich weg und dann konnte man noch keine Beweise mehr sammeln. Ne, klar, aber du hättest ja, also du machst ja hier in Berlin legales Business, soweit ich das weiß. Genau. Das hättest du ja auch in Magdeburg versuchen können, oder ist das da eher problematisch? Das ist eher noch problematisch. Wie ich gerade erklärt hatte, da sind einfach, der Weib ist ganz anders, ja. Da hat man nicht so viele Möglichkeiten. Klar, ich hätte nicht immer pendeln können nach Berlin und so, aber zum Beispiel überhaupt wie heute, wenn ich so einen Promo-Tag habe, auch Interviews und so. Alles hier ist einfach, hier geht wesentlich mehr, ja. Es scheint da aber auch wahnsinnig viel Talent vorhanden zu sein. Auf jeden Fall. Wir haben da eine Wurzel, eine Saat gesetzt mit unserem Style, den wir damals gemacht haben, der jetzt auf jeden Fall nachzieht. Aber auch viele Jungs, mit denen du groß geworden bist, sind ja heute auch am Start von, ne. Fangverteidiger DOS9, Markus B., die ganze Clique OMF, WM, genau. Das ist einfach, da ist sehr viel am Start einfach. Und kannst du ein bisschen von früher erzählen, wie habt ihr euch damals gesammelt? Und bevor wir das, wie wir eben schon erzählt hatten, hatte ich DOS damals kennengelernt in dem Textilgeschäft, war so ein Hip-Hop-Klamottenladen so, ja. Und der Laden war wichtig? Der Laden war wichtig, da hat alles angefangen. Da bin ich rein einfach, ich hab von irgendwo gehört, dass da halt jemand arbeitet, der Mucke macht. Und wie ich auch eben schon erklärt hatte, ist das halt rar. Also, dass du wirklich Leute findest, die gute Mucke machen oder wo man sich austauschen kann, gab's halt nicht. Und er damals war ja auch der Einzige. Ja. Und so bin ich in den Laden reingemarschiert, mit mal einer Bolle Gras in der Hand. Und hab gesagt, hey, Digga, wollen wir uns mal entspannt einpaffen? Wenn wir über Gangster-Rap sprechen, kommen wir nicht um das Thema Realness herum. Also, du hast ja offensichtlich, bist real in dem, was du tust und was du rappst. Wie wichtig findest du das? Gibt's für dich Gangster-Rapper, die unreal sind? Ich finde es ist schon wichtig, aber es ist auf jeden Fall auch ein Teil Entertainment und auf jeden Fall auch was man den Leuten natürlich verkauft, ja. Bedeutet das, dass du manche Geschichten vielleicht auch ein bisschen überspitzt und drehst oder ist alles real, was du rappst? Es hat schon einen autobiografischen Hintergrund alles, ja. Aber es ist natürlich auch viel, mal eine coole Zeile mit reingeschrieben oder so, ja. Das heißt aber für dich, also Gangster-Rap muss nicht 100% real sein, weil am Ende potenziell bedeutet das, sitzt man im Knast. Es sollte schon irgendwie echt sein und die Typen sollten schon straight sein, aber am Ende des Tages ist auch die Mucke wichtig, ja. Wenn die Mucke mich catchen, dass es cool ist, dann ist es halt cool. Ob das jetzt ein kreativer Kopf war, der sich das ausgedacht hat oder teilweise da Einflüsse mit reingekommen sind, die im realen Leben stattgefunden haben. Am Ende des Tages, wenn die Mucke cool ist, ist die Mucke cool. Was ich interessant finde ist, du hast sozusagen, du bist deinen Weg gegangen und du hast im Grunde alles alleine gemacht. Du bist wie so eine Ein-Mann-Armee. Damals auf jeden Fall schon, ja. Die ersten beiden Platten habe ich in selbst Regie gedroppt und gemanagt und finanziert, alles komplett. Besonders das Signe, dann kam bei Rata. Aber im Grunde hast du es vorher schon und das ist etwas, was ich interessant finde, weil das ist so ein bisschen das, was ich aufzeigen wollte. Du kommst irgendwie aus Verhältnissen, die vielleicht nicht dir alles todeseinfach machen, lebst in einem Viertel, das dir nicht alles einfach macht, aber du stellst dich auf die Hinterbeine und fängst an etwas zu verkaufen. Das ist vielleicht nicht legal per Gesetz, aber du tust es und du tust es alleine. Das ist dein eigener Antrieb. Dann gehst du los, machst Mucke, du machst alles alleine. Und das fällt mir sehr häufig auf bei Rappern, die ihren Weg machen, dass das Menschen sind, die egal, was sie je getan haben, die sind wie so eine Ein-Mann-Armee, die sind Workaholics. Und was ist der Antrieb? Woher kommt das? Die Gene. Du könntest ja, weißt du, häufig kommt der Vorwurf, ja, Hartz-IV-Empfänger, faule Leute, faule Säcke, das sind aber alles Menschen, also jemand, der draußen Gras tickt, das ist nicht lustig, da draußen zu stehen. Das ist wesentlich, wie auch viele immer sagen, das ist definitiv nicht der einfache Weg. Der einfache Weg ist einfach, normal das zu machen, was einem die Gesellschaft vorgibt, aber was das Norm ist, das wäre nicht einfach gewesen. Das ist wesentlich schwerer. Hätte ich mir auch einfacher machen können. Oder viele andere auch da draußen, was du gemeintest. Du hättest deinen, du hast ja offensichtlich einen Hunger, das ist der, der dich antreibt. Den hättest du natürlich versuchen können in gesellschaftlich akzeptierte Bahnen zu lenken, wie Universitäten oder sowas. Hätte ich machen können, aber es ist halt nicht so passiert, mein Schicksal ist einfach so gekommen, dass das halt passiert ist. Wer weiß, was passiert wäre, wenn ich irgendwie anders irgendwo zufällig reingerutscht wäre, ob ich mich da auch so... Aber da wäre ich gefangen gewesen, weißt du? Und man ist halt irgendwie gebunden oder so. Ich kann das halt nicht irgendwie... Ah, okay. Freiheitsdrang ist offensichtlich auch sehr wichtig. Du möchtest das selber machen. Ich soll mich, dass ich ein Ding mache und mich wirklich auch verwirkliche, nicht nur regelmäßig nach Sachen lebe, die mir gesagt werden. Aber das ist ja dann tatsächlich, das ist ja dann wahrscheinlich der Punkt deines Antriebes. Du willst frei sein. Du willst was machen, aber du willst es selbst machen. Ich will es selbst machen. Ohne, dass mir das irgendwer vorgibt oder irgendwie mir Ansagen macht. Es ist schwierig, mich unterzuordnen auf jeden Fall. Autoritätsprobleme? Ja, vielleicht. Okay. Wenn du alles selbst machst, schaust du ja auch, wie andere Rapper das machen. Und es gibt so einen Kritikpunkt in den letzten Jahren, dass gesagt wird, ja, das ist nur noch Promo und es geht gar nicht mehr um die Musik. Wie siehst du das? Also ich bin auf jeden Fall dafür, dass es auf jeden Fall um die Musik auch gehen sollte. Ja, weil die Musik ist ja das, was bleibt. Dieses bisschen Promo-Move und so, da redet man eh nicht mehr später drüber. Es sind so oft manchmal peinliche Moves und Sachen, die ich nicht nachvollziehen kann, aber... Also du findest die Promo von anderen Rappern in Teilen peinlich? Ja. Schon. In vielen Sachen, ja. Wenn es wirklich hart auf hart kommt, dann ist das nicht das, was die da machen. Jetzt wieder diesen Real-Faktor. Klar, ich mache auch mal ein paar witzige Videos in meiner Promo-Phase. Ich versuche die Leute irgendwie auf die Platte aufmerksam zu machen. Aber es ist trotzdem nicht so, wie es manche andere versucht, irgendwie sich in den Mittelpunkt zu stellen und das scheinbar völlig abzubekommen. Es gab mal so ein Statement von dir, dass du gerne Hanfplantagen und Nachtclub-Besitzer geworden wärst. Da habe ich mich gefragt, okay, wie sieht die Traum-Hanf-Plantage für dich aus, die du gerne hättest? Und der Traum-Nachtclub, dein Nachtclub. Ein Nachtclub, er hat außen vor gelassen. Es geht eher nur Hanf auf jeden Fall. Dass es endlich mal so weit wird, dass es als Genussmittel auch legalisiert wird, weil da einfach eine riesen Maschinerie hinter steckt, ja. Und man Leuten definitiv helfen kann. Ob das jetzt im Medical-Bereich ist, ob es im Textilbereich ist, ja. Ein Hoodie aus Hanf oder so ist einfach wesentlich robuster als diese ganze künstliche Polyester-Sachen, die wir tragen, wo wir Neurodermitis angeblich bekommen und das kommt alles von diesen komischen Stoffen und so. Aber könntest du dir zum Beispiel auch vorstellen, selber als Bauer da zu sein, das anzupflanzen, auf dem Traktor rumzufahren? Das heißt, ja, ob das jetzt Auto anpflanzt oder Indoor, da gibt es ja verschiedene Bereiche auf jeden Fall, ja. Aber das wäre eine Option? Das ist eine Option in der nächsten Zukunft, sobald Deutschland da anfängt, die Riegel immer Step-by-Step lockerer zu ziehen auf jeden Fall. Kann man dich dann Landwirt nennen? Gärtner. Gärtner. Geil. Vielleicht... Botaniker. Ja. Sehr gut. Ey, ich danke dir für das Interview. Danke dir. Dein Album kommt... Am 17.02.2017. Kuschhunter. Ja, bestellt euch das Teil auf jeden Fall vor. Auf Kopfticker Records. Über Kopfticker Records kommt das gute Stück, ja. Sehr gut. Wunderbar. Das war ein Interview mit Plusmacher für Rapid. Mein Name ist Falk Schacht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank.